Omikron gilt als milde Variante, doch die Gefahr ist laut Virologe Drosten noch immer nicht gebannt. Im Interview mit dem Deutschlandfunk warnt er, dass in Zukunft eine Rekombination aus Delta und Omikron entstehe. Es wäre ein neues Virus, das einerseits das Spike-Protein des Omikron-Virus trägt und weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms des Delta-Virus hat. Das würde also bedeuten, dass die Delta-Chron-Mutante die stärksten Eigenschaften aus beiden Varianten vereint. Die Rekombination sei besonders für Ungeimpfte gefährlich, die sich aufgrund der milden Omikron-Verläufen in Sicherheit wiegen. Auch warnt der Experte davor, sich darauf zu verlassen, dass Omikron komplett mild wird. Seiner Meinung nach könnte es sein, dass innerhalb weniger Wochen plötzlich eine Omikron-Variante da sei, die wieder eine stark krankmachende Wirkung mit sich bringt. Gegen diese Wirkung hätte, so droßen diejenigen, die nicht geimpft sind, dann gar keinen Immunschutz. Dagegen könnte man auch nicht so schnell animpfen.